Ein Stuhl ist uns nicht zu wenig und ein ganzes Haus ist uns nicht zu viel. Herzlich Willkommen im Hause Heike Legler Objekt und Konzept. Ich beschäftige mich seit 1990, 1991 mit der Inneneinrichtung von Objekten. An diesem Vista-Standort hier in Adlershof sind wir seit 2006 ansässig mit dem Team Alexandra Jarecki, unserer Innenarchitektin und Olga Schönemann im Backoffice. Als Innenarchitektin ist es mein Ziel, die Wünsche und Ideen der Kunden greifbar zu machen und in Bilder umzusetzen. Ich konnte hier am Vista-Standort Adlershof viele Kunden gewinnen. Start-up-Unternehmen, die zuerst nur ein Spiel bei uns gekauft haben und später eine ganze Etage oder ein ganzes Haus mit uns mobiliert haben, aber auch große Unternehmen wie unter anderem das Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie ab 2002 ausstatten. Herr Thomas Friederking steht uns darum auch für ein kurzes Statement zur Verfügung. Das Helmholtz-Zentrum Berlin arbeitet seit über zehn Jahren mit der Firma Legler erfolgreich zusammen. Die Zusammenarbeit begann im Rahmen einer großen öffentlichen Ausschreibung für die Neuausstattung des Institutes. Wir schätzen besonders an der Firma Legler die Zuverlässigkeit und die Flexibilität bei der Begleitung des gesamten Beschaffungsprozesses für Büromöbel und Ausrüstungen. Dabei ist es uns sehr wichtig, dass auf individuelle Anforderungen der Kunden eingegangen wird und diese auch sehr flexibel und sehr preisbewusst gestaltet werden können. Wir sind daran interessiert, die Zusammenarbeit auch in Zukunft auf dem bisher erfolgreichen Weg so fortzusetzen. Die Firma Sentech, ebenfalls ein Unternehmen hier vom Standort, und Herr Dr. Krüger sind unsere Kunden geworden, weil wir ihnen vor keinem Jahr unsere Dienstleistung, nämlich die Umzugsbegleitung und die Ausstattung von neuen Büros mit vorhandenen Möbeln schmackhaft machen konnten. Mit der Firma von Frau Legler sind wir zusammengekommen in einer Phase, als wir den Umzug in unser eigenes Firmengebäude geplant haben. Uns kam es darauf an, einen Großteil unserer vorhandenen Möbel mitzunehmen, die aber in die neuen Räume zu integrieren und zusätzlich neue Möbel bereitzustellen und zu kaufen. Schon in dieser Phase überzeugte uns die Konzeption von Frau Legler und haben es bis heute nicht bereut, weil in der sehr kurzen Zeit des Umzugs auch die Montage der neuen Möbel mit den alten Möbeln und die Ausstattung der Räume sehr gut gelungen ist. Wir sind heute noch sehr zufrieden damit. Lachen Untertitelung des ZDF, 2020